Das Signal Iduna Servicebüro in Wissen im Westerwald. Tür an Tür arbeiten hier in der Westerwald-Akademie der Handwerkskammer Koblenz, deren Bildungsexperten und Versicherungsfachleute der Signal Iduna zusammen. Wie gestaltet sich die betriebliche Altersvorsorge optimal? Wie sieht die richtige Familienversicherung aus? Was muss ein Betriebsinhaber bei der privaten Absicherung beachten? Das sind einige Themen, zu denen hier durch Erik Jörn, Marco Fischer und Martina Rezig beraten wird. Und auch wenn die Signal Iduna ihren Ursprung im Handwerk hat, steht der Versicherungs- und Finanzdienstleister heute allen Berufsgruppen offen. Direkt über das Internet zu erreichen unter signal-iduna.de Dann auf der Startseite rechts in der Suchfunktion die Postleitzahl eingeben.